In den Parlamenten wird über unser aller Zukunft entschieden. Und trotzdem spielen die Interessen von Kindern und Jugendlichen dort kaum eine Rolle. Das muss sich ändern. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen, egal ob jung oder alt, überall mitentscheiden können. Genauso setze ich mich dafür ein, dass jede Person so leben und lieben kann, wie sie will. Ich möchte in einer bunten Welt ohne Rollenklischees leben, in der Vielfalt normal ist. Als Umweltwissenschaftlerin habe ich mich viel mit dem Zustand unseres Planeten auseinandergesetzt. Wir sägen gerade den Ast ab, auf dem wir selber sitzen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass natürliche Ressourcen nicht ausgebeutet werden und allen jetzt lebenden Menschen und kommenden Generationen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Und genau deswegen kandidiere ich für den Niedersächsischen Landtag. Ich bin Imke Biel, 24 Jahre alt und Kandidatin für Gifhorn und die Grüne Jugend Niedersachsen.